Ja, also wir können schon beobachten, dass sehr viel mehr auch einfach vorher recherchiert wird, viel mehr im Internet vorher nachgeschaut wird, über das Produkt recherchiert wird, verglichen wird und am Ende der Kunde gar nicht mehr so sehr die Einzelberatung im Detail braucht, sondern schon etwas genauer weiß, was er eigentlich gerne möchte. Also er versucht nicht mehr fünf Läden, sondern vielleicht nur noch zwei. Und kommt dann schneller zum Ergebnis.